Ja, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Jetzt erzähl doch mal, warum hast du dich für eine Ausbildung in der Pflege hier entschieden? Es macht mir sehr viel Spaß, der Umgang mit den Patienten. Ich habe ein FSJ hier im Krankenhaus gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch im Team zu arbeiten. Also vor allen Dingen die Erfahrungen aus dem FSJ haben wir gestern? Ja, super. Und was gefällt dir besonders gut an der Ausbildung? Also die Teams sind total nett, also wie ich bis jetzt war. Der Unterricht macht total viel Spaß mit den Lehrern. Wir haben eine Klassengemeinschaft, es macht viel Spaß hier. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Danke.